Wenn jemand... Aua! Ich durfte nicht... Hä? Darf ich nicht rennen, sobald ich angeschossen bin? Wieso? Doch, klar. Ich durfte nicht mehr rennen. Ich hab legit die Rennen-Taste dreimal gedrückt. Ich durfte nicht mehr wegrennen. Das nächste Mal muss ich mich herumdrehen und ich bin sicher... Oh shit, da ist er doch, oder? Es ist schon wieder so dumm einfach.